Installation, OS X und Auslieferungszustand wiederherstellen ganz ohne Bootmedien. Wozu braucht es das? Zum Beispiel, wenn ihr den Mac verkaufen wollt. Nehmen wir diesen Mac Mini hier, Baujahr 2012. Der kommt ohne CD-Laufwerk und natürlich auch ohne Bootmedien. Aktuell läuft auf dem Mac Mac OS HiSierra. Der Mac ist mit einer Apple-ID verknüpft und natürlich sind E-Mail-Adressen und Ähnliches eingerichtet. Das alles wollen wir jetzt rückgängig machen. Wir wollen den Mac quasi in den Auslieferungszustand von 2012 versetzen. Und das geht eigentlich relativ einfach. Wichtig ist nur, der Mac muss Zugang zum Internet haben, damit das alles funktioniert. Die ersten Macs ohne optisches Laufwerk und ohne Bootmedien sorgten seinerzeit für einen Aufschrei. Aber natürlich hat Apple ein Hintertücher geschaffen, das es ermöglicht, das System auch ohne Bootmedien auf einem Mac neu zu installieren. Und das geht so. Zunächst müssen wir den Mac neu starten und halten von Beginn an die Tastaturkombination Shift, Option, Command und R gedrückt. Wenn wir alles richtig gemacht haben, erscheint eine rotierende Weltkugel und der Schriftzug Starting Internet Recovery This May Take A While. Wie lange diese Weile ist, das hängt von eurer bestehenden Internetverbindung ab. Sind die Installationsdateien geladen, startet der Mac neu und es erscheint ein vertrautes Fenster. Drücken Sie den Silent-Schalter, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Wir wählen Deutsch und es erscheint das Fenster OSX Dienstprogramme. Jetzt könnten wir das OSX erneut installieren, aber ich entscheide mich zunächst für das Festplatten-Dienstprogramm. Warum? Der Mac soll ja verkauft werden und ich will sicher gehen, also werde ich die interne Platte, die 1 TB Apple HDD, einfach noch einmal händisch löschen. Dazu wähle ich die Festplatte aus, gehe dann auf den Menüpunkt löschen und klicke auf löschen. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. Wenn der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, schließe ich das Festplatten-Dienstprogramm wieder und komme zurück in das Fenster OSX Dienstprogramme. Jetzt wählen wir hier OSX erneut installieren aus und klicken auf fortfahren. Und siehe da, es erscheint die Installationsroutine von Mavericks. Das System also, mit dem der Mac ursprünglich 2012 ausgeliefert wurde. Wir müssen jetzt hier noch die Software-Lizenz abnicken. Dann wählen wir das Volume aus, das heißt in diesem Fall ohne Titel, weil wir es nicht umbenannt haben. Und schon beginnt die Installation von OSX Mavericks auf unserem Mac Mini. Im Anschluss wird der Mac neu gestartet und der zweite Teil der Installation beginnt. Das Ganze dauerte für 30 Minuten, dann startet der Mac abermals neu und es erscheint eine vertraute Oberfläche. Nämlich genau die, die man sieht, wenn man den Mac zum allerersten Mal in Betrieb nimmt. Wir wählen Land, Tastatur und Netzwerk aus, richten einen Administrator ein. Dann wird der Mac konfiguriert und Mac OSX Mavericks startet und ist arbeitsbereit. Genau in diesem Zustand wurde der Mac 2012 verkauft und genau in diesem Zustand haben wir ihn zurückversetzt. Jetzt können wir ihn in die Bucht stellen und hoffen, dass ihn jemand kauft. Wir sehen es hier, Mac OS Version 10.9.5. Das ist die aktuellste Version von Mavericks. So einfach setzt man einen alten Mac in den Auslieferungszustand zurück. Ein paar Tastenkürzel und ordentlich warten. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich hoffe, der Film konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann liked ihn. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Kanal abonnieren würdet, damit ihr immer auf den Laufenden bleibt, was an neuen Filmen so kommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Kanal abonnieren könnt.